Willkommen zur 12. Folge des Pokémon TCG Adventskalenders. Es ist Zeit für die Halbzeit. Heute gibt es zur Feier der Halbzeit mal drei besonderere Packs. Schimmernde Legenden. Drei Stück davon. Und da werden wir mal gucken, ob ich was Gutes rausbekomme. Schimmernde Legenden ist ein sehr spezielles Pack. Ich glaube, da ist auch ein Polo in jedem Pack sicher. Knilzt dieser Knosp, das Artwork ist richtig cool. Hier, guckt euch an, das ist voll cute. Hier haben wir irgendwo ein Günther. Alter, guckt euch das an, Günther. Ja, gut, jetzt habe ich das hier. Das kann ich dann, wenn ich es mal brauche, abscreen schauen, damit ich mal ein gescheites Bild von Kani Mani habe. Das ist immer schwer zu finden. Das Ding hier ist... Könnte fast Lord Ecke sein. Ich meine, hallo. Chris, super Anziehungskraft. Lilly, äh, Felilu in der Reverse-Version. Und Keldio in der Holo. Keldio ist ein cooles Pokémon. Zwar nicht so stark, aber... Es ist ein Einhorn! Ich meine, hallo. Öffnen wir noch eins. Das ist saftig. Wieder nur eine Rare, aber das muss ja nicht unbedingt etwas bedeuten, wie wir seit der letzten Folge wissen. Boah, schon wieder ein Lord Ecke. Und es bedeutet nix. Jawohl, Alter, das ist geil. Eine Full-Art-Pokémon-Züchterin. 73 von 73. Geil, Full-Art-Item. Habe ich hier im Online-Spiel lieber als im echten Leben. Im echten Leben habe ich lieber IX oder GX. Aber... Nehme ich auf jeden Fall dankend an. Geile Sache. Gut. Dann bringt uns das dritte Pack auch noch Glück. Wir werden sehen. Die letzten zwei Packs hier hebe ich mir für Weihnachten auf. Nur neue Karten. Das Pikachu hat ein cooles Artwork. Die Artworks werden halt echt mit der Zeit besser weiterentwickelt, Herr Günther. Das Artwork ist auch cool. Hier, guckt euch mal an. Das Lektro-Ball sieht dumm aus wie immer. Ein Superball, eine Doppelfarbe ist eigentlich. Flusel und... Ein Latios mit dem Latias hinten drauf in der Holo-Version. Na dann, werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Mit einmal aufziehen der Sturmröte. Und ich würde sagen, den beiden nach den Flammen-Packs. Ja, bis dann.